Yo, es geht ab, hier ist Yanni Lay aka Flashdance, heute hier auf der Unicorse Aftershow Party in Flughafen Tempo in Berlin nach den EMAs und ich werde da gleich ein bisschen auflegen und hier werden hoffentlich dann ein paar Leute tanzen und Activision is the shit. Bis zum nächsten Mal. Hey, 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 hey... Hey, hey, hey! War heftig, oder? Wir sehen uns auf der DJ-Hero-Club-Tour in 10 Tagen. Peace. It's not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix.